Das ändert aber nichts daran, dass zumindest einige der veröffentlichten Umfragen nichts anderes waren als methodischer Schrott. Und zwar insbesondere zwei reine Online-Umfragen, die einerseits 25% für die ÖVP vorhergesagt haben und andererseits 39%. Schon dieses Spektrum zeigt ja die Unsinnigkeit und die Marktforscher verstoßen hier gegen ihre eigenen Qualitätskriterien. Denn diese sehen so aus, dass keine Umfragen mit einer Stichprobengröße von unter 800 Befragten für Wahlprognosen herangezogen werden sollten. Diese von mir zitierten Umfragen haben 500 bis 600 Befragte gehabt. Und es sollte auch überhaupt keine reinen Online-Umfragen für Prognosen geben, weil man da ältere Wähler teilweise schon erreicht, aber nicht als typischen Ausschnitt der gesamten Wählerschaft. Und man muss auch das den Medien etwas kritisch vorhalten, nach Kammersim-Beinschab-Tool-Affäre relativ unkritisch wieder Umfragen zu übernehmen, die derselbe Zeitung, die da im Fokus steht, mit einem Institut durchführt. Und wo der Chef dieses Instituts dann bei der Nachfrage, wer ist der Auftraggeber, das Interview abbricht, obwohl das das minimalste Transparenzkriterium sein sollte, wer zahlt denn eigentlich die Umfrage? Sonst werden wir jetzt sehen, ob die ÖVP mit einem schwarz-roten oder einem schwarz-andersfarbigen Auge davongekommen ist.